Hier präsentieren wir die 5 besten Wi-Fi-Router-Tests. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5 der TPL-Link TLWR 841 NN300 WLAN-Router. Die Netzwerkgeräte von TPL-Link sind schon lange in der ganzen Welt bekannt. Beachten Sie TPL-Link TLWR 841 NN300 WLAN-Router, da dieses Gerät eine gute Kombination von Preis und Qualität hat. Dieses Modell von TPL-Link ist auch sehr populär. Dieser Wi-Fi-Router arbeitet nur im 2,4 GHz-Betrieb. Er hat auch mittlere Reichweite für qualitative Internetverbindung. Und maximale Bandbreite beträgt 300 Mbit S. Es gibt auch 2 externen nicht abnehmbaren Antennen für eine optimale Reichweite. Dieses Modell ist ideal für Ihr Heimnetzwerk. Mit diesem Router können Sie persönliches lokale Netzwerk schaffen und den Zugriff auf dieses Netzwerk für andere verbundenen Geräte selbst einrichten. Nr. 4. TPL-Link Archer C7 WLAN AK1750 Dual Band Gigabit Router Wenn Sie das High-Speed Internet zu Hause oder im Büro haben möchten, dann beachten Sie zuerst einen guten Internetanbieter, leistungsstarken Computer und einen qualitativen Wi-Fi-Router. TPL-Link Archer C7 AK1750 Gigabit Dual Band WLAN Router ist eine gute Kombination von Preis und Qualität. Dieses Modell ist nicht neu, es wurde noch im Jahr 2013 hergestellt. Aber dieser Router hat alle modernen Funktionen, die man in allen modernen Modellen von Wi-Fi-Routern verwendet. Dieser Router ist sehr leistungsstark, der den WLAN-Standard 802,11 AK unterstützt. Dieser Standard verspricht schnellere Verbindungen für alle WLAN-Nutzer. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter Netgear R7100 PES Netgear Nikhavik R7000 bis 100 PES AK1900 Router ist ein ausgezeichnetes Gerät, das mit Dual Band arbeitet. Dieses Modell ist mit drei leistungsstarken Antennen ausgestattet. Es ist bemerkenswert, dass dieser Router den Wi-Fi 802,11 AK-Standard unterstützt. Dieser Router bietet maximale Geschwindigkeit und große Reichweite. Der Nikhavik R7000 ist auch mit leistungsstarken 1 GHz Dual-Corey-Prozessor für zusätzliche Funktionen ausgestattet. Dieser leistungsstarke Wi-Fi-Router ist für große Häuser oder Büros vorgesehen, da er das Signal auf optimaler Stärke mit großer Reichweite erhält. Die Warngeschwindigkeit beträgt 1900 Mbit S mit der Möglichkeit optimalen Verbindungskanal für alle verbundenen Geräte dank der Smart Connect-Funktion automatisch zu wählen. Nr. 2. NETGEAR AK 790 bis 100 EUS AirCard 790 mobile Hotspot NETGEAR AK 790 mobile Hotspot ist ein Portables-Gerät, das Sie auf eine Reise oder Dienstreise einfach mitnehmen können. Dieses Modell bietet auch hohe Internetgeschwindigkeit, dass Sie mit Ihren Freunden verschiedene Videos ansehen oder Musik via Internet einfach hören können. Für diese Ziele soll man nur eine SIM-Karte von jedem Mobilfunkbetreiber aufstellen und dann bekommen Sie automatisch einen Zugriff auf das Internet. Dieses Gerät kann sowohl 4G als auch 3G-Netz empfangen. Dieses Modell bestimmt auch selbstständig die beste Netzverbindung für optimale Internetgeschwindigkeit und die Netze 3G und 4G stehen Ihnen zur Verfügung. Für heute ist es schwer das Leben ohne Internet vorzustellen. Wenn Sie die hochwertige Internetverbindung zu Hause oder im Büro haben möchten, dann wählen Sie AVM FRITZ BOX 7490 WLAN ACT PLUS N Router. Dieser Router ist ein multifunktionales Gerät. Er hat eingebaute Antennen, deshalb ist er sehr kompakt, dass Sie ihn in jedem Platz einfach aufstellen können. Dieses Modell unterstützt ADSL und VDSL Verbindung, analoge und digitale ISDN Verbindung. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Computer oder Mobilgeräte mit diesem Router verbinden können, sondern auch Telefones, DECT-Stationen und Faxgeräte. Dieser Router ist ein Dualbandgerät, das schnelle und klare Verbindung bietet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.